camper das sollte mit dem camper jetzt dreht er jetzt komplett am rad oder wie leute froh und herbst geschenke schön gitarren verstärker paddles kabel plektren seiten was hat der weihnachtsmann ein schönes gebracht bei mir nichts als für mich ist ja dieses jahr schon eigentlich weihnachten genug schon dass die letzten drei monate ist nur weihnacht ständig weihnachten hier mit der schönen paula und die neuen bünde und die pickups drauf und vintage inspired potis alles mögliche so aber es gibt eine neue idee in den letzten paar tagen ich glaube seit vorgestern denke ich darüber nach soll ich mir einen camper kaufen der ein oder andere wird sagen ist spinnt er jetzt total hat genug ms alles mögliche hat hier so ein kleines schöne studio mit der recording box was soll jetzt der camper ja genau das ding ist hier stehen sieben röhren ms muss direkt mal um zettel gucken der jcm 800 von 83 der lila plexi von 69 der fox ac 30 von 64 der super reverb von 74 der tweet champ von 53 150 lunchbox von vor zwei jahren ein marschel studio 15 von 85 einmal 12 open back box 2 x 12 box 2 x 12 parma 4 x 12 schräg marschel 4 x 12 gerade dann die ganzen speaker hier fliegen einige rum zweimal die silver bulldogs von 64 2 bis 3 greenbacks von 69 dann zwei blackbacks von 77 dann einige 65er und 75er aus den 80ern 100er selection dann die firma 10er box von fender also von dem fender super river mikros sm 57 50 md 4 21 altes ein md 21 ein bayern 160 schuhe 520 dx zwei luit mikrofone für overheads auch ein 60er ein md 407 selbe kapsel wie es 409 und wenn ich jetzt ihren gitarren sound machen dann geht es los hier habe ich ja meine patch bay und dann sage ich okay ich will jetzt heute den 83er jcm 800 dran haben mit einer 2 12er box dann geht das gebaut los das mikrofonieren und so weiter und so fort dann finde ich das nicht gut dann baue ich wieder alles um mit der patch bei hier mit den ms geht das relativ einfach die möglichkeiten sind unendlich und dann kann ich das natürlich auch nur hier aufnehmen wenn ich es hier spielen möchte wenn ich zum beispiel mal eine situation habe ich brauche es ziemlich laut und schonungslos dann gehe ich im proberaum da baue ich da den ganzen scheiß auf so ist die situation und das ist ja eigentlich eine schöne situation also dieses kleine studio das platzt hier langsam aus den nähten und ich möchte diese ganze geschichte hier mehr oder weniger ein bisschen verkleinern aber ich will nichts verkaufen ich will keine ms verkaufen ich will nicht live spielen mit einem camper darum geht es hier heute überhaupt nicht sondern von diesen verschiedenen kombinationen möchte ich snapshots machen also profiles also denke ich da an den camper aber der camper wie viel jahre hatte jetzt auch ein buckel 10 12 ist er nicht mittlerweile old school outdated sozusagen gibt es da nicht irgendwas neues mir gefällt einfach der gedanke dass ich von diesen verschiedenen kombis profiles snapshots oder captures oder wie man es auch immer nennen möchte machen kann und dann rufe ich dir ab und dann kann ich die spielen wenn es so um kompositionen geht kurze videos für instagram kurze videos die ich mal eben einspielen möchte um euch was zu zeigen wenn es hier um meinen youtube kanal geht et cetera et cetera das fände ich eine ganz gute idee wenn das irgendwo hinhauen könnte und das haut ja wohl offensichtlich hin seit zehn jahren machen dass die leute weltweit wie gut das jetzt ist da gibt es immer so diskussionen die werden wahrscheinlich auch nie aufhören ja nee das ist aber nur dann eben diese eine situation ja um die eine situation geht es mir mir ist völlig klar dass das halt eine digitale fotografie sozusagen von einem bestimmten moment von einer bestimmten einstellung ist ist mir völlig klar ich habe natürlich immer mal was gehört hat mich aber eigentlich gar nicht interessiert und dann irgendwann war ich im sommer 2016 da war ich mal in paderborn auf der durchreise und war bei musik aktiv da stand so ein ding rum und sagt hier hat einer gesagt teste den noch mal an sehr dynamisch und ja der stand dann darum hatte irgendeine box weiß ich nicht mehr welche da dran war waren ziemlich heavy sound drin hatte gerade meine klampfe dabei und da habe ich nur mal angespielt dachten naja nix tolles reißt bin ich vom hocker viel von dynamik habe ich nicht gemerkt kein wunder bei dem sound habe ich nur mal so ein bisschen angetestet fand ich belanglos hat mich nicht weiter interessiert dann im dezember 2017 habe ich von peter war hier eine e mail bekommen und da gesagt hier fahrt ihr hast nicht bock an so einer umfrage teilzunehmen wir machen da gerade so ein recht aufwändigen test wenn es darum geht digitale verstärker was können die heutzutage können die halt oldschool verstärker vernünftig nachbilden sa los schick rüber und das war weil sie noch seitenlang und musste mal tausend sachen ankreuzen wer man überhaupt ist was für einen beruf man ausübt ist man profi ist man hobby spieler ist man überhaupt musiker ist man gitarrist ist man schlachtzeuger et cetera et cetera so das habe ich alles angekreuzt und dann kam irgendwann kamen die soundbeispiele das hatte peter dann mit seiner anlage gemacht ich glaube sein alter fox ac 30 war dabei und irgendein oder marshall also peters setup so ungefähr war 68 marschel super lied also 100 watt mit 24 12 marschel boxen eine von einem mitte 60er die andere anfang 70er mikrofone re also elektro voice re 20 neumann u89 roja r 121 sennheiser md 441 in kombination mit v 72 preamp so dass nur mal so kurz zum test aufbau dann kamen diese soundbeispiele also schöne ab vergleichs blind test natürlich es war nur audio es war kein video oder sowas und dann habe ich versucht das rauszukriegen und da habe ich erstmal direkt und es waren sehr sehr viele soundbeispiele dann habe ich angekreuzt das ist der richtige amp das ist das camper profile und bei diesem test merke ich schon ach du scheiße da kann ich bei den meisten sachen musste ich echt schätzen jetzt muss man dazu sagen das waren halt nur gitarrentracks also kein nichts im mix oder sowas also solo spur verschiedenste licks akkorde solotöne et cetera et cetera verschiedene gerade der verzerrung und das fand ich halt ganz gut dass ganz viele dabei waren die so halb angezehrt waren jetzt nicht super brett metal mäßig also das kann irgendwie jeder scheiß sozusagen aber diese halb angezehrten sachen das ist immer die schwierigkeit die ich gemerkt habe bei irgendeinem digitalen zeug und was natürlich auch fehlt ich habe es ja nicht selber gespielt das heißt das spielgefühl scheidet bei solchen tests auch total aus egal so war auf jeden fall der testaufbau und ich habe dann irgendwann mal ein ergebnis gekriegt haben über 1000 leute teilgenommen und da war ich glaube ich irgendwie bei 60 prozent richtig ja wo man eigentlich dann sagen kann ja dann ist ja eigentlich alles schon gesagt dann ist das zeug einfach gut genug ähnlich waren auch die ergebnisse von allen befragten hier steht dann welche musik bezogene profession hat der pro band kein musiker sonstige musiker hobbymusiker berufs profi musiker musikproduzent lehrer musikschule dann die ganzen teilnehmer und dann richtige antworten wenn das beispiel mit dem original amp erzeugt wurde bewegt sich zwischen 43 und 58 prozent richtige antworten wenn das beispiel mit dem profiling amp erzeugt wurde bewegt sich zwischen 47 prozent und 35 prozent am niedrigsten haben das richtig geschätzt die übrigens die berufs und profi musiker ja mega interessant so das war 2017 wann war das jetzt mitte 2019 da habe ich mir dann einen camper gekauft weil da dachte ich so jetzt will ich mal mir selber ein bild machen keine youtube videos gucken und das ding mal checken und da weiß ich noch ich packe das ding aus und da sind 250 presets drin die habe ich in keine ahnung viertel stunde 20 minuten habe ich die durchgescrollt und kein einziges war dabei wo ich dachte wow geil geiler sound nee das war alles schrott und da dachte ich schon okay das wird hier eine schnelle nummer den schickste wahrscheinlich in zwei tagen wieder zurück da habe ich dann schon mit ein paar leuten gesprochen die das ding hatten und dann haben gesagt ja vergisst sie priest jetzt die da drin sind kannst du alles klemmen du musst hier profiles kaufen von michael britt von meulen dick oder wie der wieder heißt und so weiter und so fort dann habe ich mir die michael britt dinger gekauft fand ich alle scheiße sorry hört bestimmt nicht zu dann habe ich mir die von dem meulen dick oder deik entschuldigung welche namen falsch ausspreche hat mich auch alles nicht vermocker gerissen und dann habe ich welche von hannes kelch geholt der hatte jcm 800 und vox ac 30 geprofiled da wurde ich hier höre ich und da da wurde mein interesse geweckt die fand ich echt gut das ist ja auch immer viel geschmackssache leute ist ja klar dann habe ich mir welche von rick bieter gekauft die fand ich auch gut die waren so schön direkt und hörten sich für mich eben nach emp an so dass da habe ich mich quasi die ersten paar wochen dann mit rumgeschlagen mit dem zeug und dachte naja also wir kommen der sache auf jeden fall näher und dann dachte ich so jetzt mache ich aber mal meine eigenen profiles damals habe ich im wohnwagen gewohnt in spanien und habe dann mein bett umgebaut zu einer riesen kiste schaumstoff rein da eine marshall box hingelegt mikros darüber damit man das einigermaßen aushalten konnte und da habe ich meinen jcm 800 geprofiled weil den m den kenne ich am besten und jetzt muss man ja eins auch mal sagen viele oder manche von euch nicht viele manche von euch haben vielleicht noch nie professionell im studio gearbeitet und wenn man das zum ersten mal macht bei mir war das so da war ich 18 19 man hört also vor jahrelang sein immer im proberaum paar meter entfernt schön brett drauf man hat sein setup eingestellt findet das alles mega geil und dann kommt man zum ersten mal in ein ton studio was wird da gemacht da wird der amp in den aufnahmeraum gepackt da kommen mikros davor man selber steht meistens in der regie und hört also diesen sound über studio monitore also drei weg boxen und alles was man vorher erfahren hat vom sound der ist auf einmal weg und man denkt das soll dein amp sein das klingt aber komisch naja das nun mal überhaupt zu dieser problematik weil das höre ich auch immer wieder von leuten die man eine frage stellen ja aber mein amp klingt so komisch jetzt wo wir mal im studio waren nee der amp klang vorher auch nicht komisch sondern der klang so aber du hast den einfach völlig anders wahrgenommen das ist eine sache die sollte man immer bedenken so das wusste ich ja alles weil da war ich ja schon auch schon alt also habe ich den amp erstmal gespielt und habe das nur über meine studie monitore gehört ja wusste ich ja bescheid so und so klingt da und aufgrund dessen habe ich dann ich meine ich hätte ihn mit dem sm 57 und einem 4 md 4 21 abgenommen phasen bereinigt alles easy schreng schreng gemacht und dann habe ich dieses ding geprofile klassischer sound entweder mit stratt oder mit hambacker gitarre ist jetzt egal und dann habe ich das erste profile gemacht von dem amp von meinem amp und dann war diese ganze prozedur fertig und dann habe ich mir das ergebnis habe ich ein ab vergleich gemacht und dachte absoluter knaller auch vom spielgefühl her war das das war so ein bisschen mehr als ein bisschen mehr als crunchy sound und rock sound ebenso habe ich keine fragen gehabt wenn ich jetzt sagen wir mal für irgendein song irgendwas verändern müsste am amp weniger höhen weniger verzerrung mit dem volumen regler zurück oder so das kannst du jetzt mit dem camper meiner erfahrung nicht machen weil dieser eq der da drin ist der hat ja nichts mit dem eq zu tun der im 800 da drin ist das war mir schnell klar dachte ja okay dann muss man halt nächstes profile machen wenn man anderes setup am amp einstellt oder eben mit der gitarre und da merkte ich irgendwie das ist für mich in der damaligen situation eigentlich ist das uninteressant also der camper war für mich uninteressant weil ich dachte für den song für den song mache ich immer unterschiedliche sounds und dann muss ich die profilen und dann abrufen wofür also habe ich den relativ schnell wieder verkauft und dann habe ich noch meinen alten tweet champ hier den von 1953 der ist ja sowieso nur so ein ganz leicht angezehrter aber das fand ich ja auch interessant und da habe ich dann ein sound in der stratt gemacht auch wieder ein zwei mikros davor den geprofilt absolute sahne eins zu eins keine fragen wirklich da war ich echt beeindruckt aber wie gesagt ich habe damals noch nicht hier gewohnt hatte also kein kleines home studio war nutzlos und jetzt ein sehr lustiges video muss ich mal ganz kurz zeigen von josh smith heißt er doch von jhs paddles also den mag ich ja das ist ein lustiger typ auf seine gitarren sounds stehe ich gar nicht und ich gucke das auch nur ab und zu mal aber ich finde ihn jedes mal sehr unterhaltsam und der hat jetzt neulich hier ein lustiges video rausgebracht so sinngemäß dass der seit einem jahr die leute euch community hat er belogen und weil der schon seit einem jahren camper spielt und hat aber nichts gesagt sondern hat immer gesagt er hat den und den kombo gespielt gelogen 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 sehr lustig dear guitar pedal community family and friends since september of 2021 i josh scott have been lying to you about the sound of my guitar on the jhs show have been using a kemper amp profiler for longer than i ever thought i would to those i have hurt i am deeply sorry und und dann hat er jetzt eben zwei tage später ein video rausgebracht zeige ich jetzt auch mal einen kurzen ausschnitt i just decided i want to profile all these amps and start sorting through collections here's the storage unit currently yeah um this is real this is most of the amps these are your amps yeah there's a lot more elsewhere elsewhere places der hat halt eine riesige m collection 70 ms und und da hat er genau das gesagt er wird die dinger alle snapshotten profilen ja damit er die einfach auch mal spielen kann ohne alles mögliche aufzubauen die aus seinem lager zu holen et cetera et cetera und das sind 70 ms ne wow herzlichen gewunsch josh smith das ist eigentlich eine tolle sache soll ich mir wieder ein camper kaufen und natürlich bin ich skeptisch weil das ding halt zehn jahre alt ist und zehn jahre zehn jahre in einer digitalen welt das sind ja wirklich 100 jahre also bei computern ist es so aber ist es beim camper wirklich auch so das versuche ich gerade herauszufinden und jetzt habe ich gestern schon mal ein instagram post gemacht und habe ein paar leute von euch gefragt bei facebook auch und es gibt da verschiedenste meinungen also welche alternative kann man nehmen eine alternative dem jetzt öfter vorgeschlagen wird ist der cortex quad cortex von nsp der kostet auch so ungefähr wie ein neuer camper 1800 oder so der ist schön klein und der ist wie so ein bodenträter aufgebaut und da sagen mir jetzt die leute dass der halt auch so ein profiling kann das nennt sich da natürlich dann anders capturing und manche sagen der kann das noch nicht so gut jetzt noch nicht ausgereift der camper ist immer noch state of the art das weiß ich jetzt alles nicht das kann ich im moment nur lerne ich da ein bisschen was von youtube wenn ihr da tipps habt dann immer raus damit schreibt das unten in die kommentare schreibt mal was ihr überhaupt habt habt ihr einen camper findet ihr den camper totale scheiße wie so viele leute oder sagt ihr der ist doch geil und fahr ich seit langem mit wofür braucht ihr den braucht ihr den für live braucht ihr den für studio braucht ihr den für nur zum üben oder fliegt ihr von a nach b mit einem usb stick von studio zu studio und das ist ja auch mal so eine sache ich weiß nicht wie viel professionelle studios heutzutage den camper da haben weil es eben so einfach ist irgendwelche profiles usb stick mitnehmen und der gitarrist kann direkt sein sound da im studio x y einspielen das ist ja wirklich eine praktische geschichte sagen wir mal der quad cortex der kann das auch alles aber den gibt es ja noch nicht so lange so ein jahr oder sowas ist der mittlerweile auch in jedem studio kann ich mir nicht vorstellen wird das mehr ja kann ich mir vorstellen was man mit dem quad cortex machen kann haben jetzt ein zwei leute gesagt ist dass du da auch paddles capturen kannst finde ich eine sehr interessante geschichte ich bin mal gespannt auf eure antworten ich muss mal gucken so eine sache muss ich auch noch sagen mit dem camper weil es den so lange gibt könnte ich mir vorstellen wenn ich jetzt sie aus diesen ganzen kombis meiner ms die ich alle toll finde alle auf ihre weise immer eine kombi gefunden habe dann kann ich ein profil machen dann kann ich das auf meine webseite stellen und kann das mal verkaufen für wenig geld falls einer von euch mal interesse hat oh der will ich möchte gerne mal diesen verstärker von carsten göcke spielen den alten marshall von 1969 vielleicht wäre das ja was vielleicht kann man das auch tauschen dann hast du einen ganz geilen verstärker hast den schön geprofilt mit dem demo dass man sich das mal anhören kann und dann sagt dann sagen wir hier du christ mein 69er dafür kriege ich deinen 72 marschel 100 watt zum beispiel die möglichkeiten sind ja auch da gegeben und das wäre doch auch eine schöne sache um zu interagieren könnte ich mir vorstellen dann habe ich auch ein paar vorschläge bekommen hier checkt man das neue teil demnächst von thomas blug an der mx heißt er glaube ich und so ja ist nett gemeint und wahrscheinlich wird das auch wieder ein total geiles ding weil thomas ist echt auf der hut und der macht tolle produkte auch dieser blue game oder wie das heißt alles gute sachen ist aber jetzt nicht das thema bei mir das thema ist einfach klick 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 machen meine ms snapshotten dass ich die nicht immer hier stehen habe und aufbauen muss und so weiter und so fort das ist das thema mich interessiert der camper überhaupt nicht für live erstens spiele ich live kaum zweitens wenn ich live spiele dann nehme ich eine von meinen ms mit ich habe fast immer eine zweimal zwölfer box dabei mein pedal board bin ich mit happy sollte ich mal in die verlegenheit kommen ihren gig anzunehmen wo ich 31.000 sounds brauche ja da könnte man über den camper reden und davor irgendwelche programme machen sich dieses fußbord holen hatte ich alles schon ist eine alternative ist aber im moment überhaupt nicht angesagt vielleicht kommt demnächst ja noch das verspätete christkind vorbei und bringt ein profile mit in seinem sack mit von meinen oldschool ms weiß man es ja interessant oder also ich finde schon leute vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch noch schöne restweihnachten und falls wir uns nicht mehr hören dann guten rutsch aber vielleicht schalte ich auch noch mal ein und beimdrehen und dann und dann und dann und dann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018